Hallöchen, ihr Bahnhausen da draußen und zwar ein kleines Infovideo für euch. Heute am 6.10. kommt leider nur ein Video und zwar kommt heute nur Agrarian Skies. Den Grund, ich bin krank, wie man es auch zwischendurch bei den älteren oder den neueren Folgen jetzt auch gehört hat zwischendurch. Ich bin ziemlich krank, nichtsdestotrotz werde ich die Videos, die heute fehlen, werde ich morgen bringen am 7.10. Das heißt, morgen kommen sehr wahrscheinlich 5 oder 6 Videos am Tag. Deswegen wundert euch nicht, dass heute nur ein Video kommt. Ich wollte dieses Infovideo wenigstens nur raushauen, dass ihr das wisst, da so viel Zeit sollte es sein. Und ich hoffe, dann wird wieder der geregelte Gang weitergehen. Ich werde mich jetzt gleich wieder hinlegen, werde mal schön lange auspennen und dann mal schauen. Aber wie gesagt, ich wollte euch das nochmal mitteilen und wir sehen uns denke ich mal in den Videos. Also wundere ich euch nicht. Bis demnächst. Tschüssingen.